Vor einiger Zeit sprach ich mit einem guten Freund von mir, der zwar nicht gläubig ist, aber der dann sich an mich wandte, weil er seine Ehe gegen die Wand gefahren hatte. Eine wunderbare Ehe, die er geführt hat. Die Kinder, die Frau, alles super. Und dann ist er einer anderen Frau anheimgefallen. Und dann hat er mir Folgendes gesagt, Olli, du kannst es mir glauben, es war eine Macht, die mich gezogen hat. Ich wusste, was ich zerstöre und ich konnte nicht dagegen angehen. Und dann habe ich ihm erklärt, wo diese Macht herkommt. Es gibt etwas Böses, etwas Schlechtes in dieser Welt, das uns zieht. Und das ist der Widersacher. Und das ist das Zweite, was wir als Antwort wissen müssen. Es gibt einen Teufel. Menschen fragen immer wieder, warum denn ein Teufel...